Der heißt Michael Jackson, Alter, wie geil ist das denn? So, hier, ganz, ganz wichtig, Lila, hier liegt der Haustürschlüssel. Den muss immer einer mitnehmen, genau. Hauptsache, den nimmt einer, damit wir ins Haus kommen. Hier, erklärst du die Anzeigetaten? Oder du hast das Buch eben gerade gehabt, ne? Genau. Was hab ich? Das Buch hattest du eben gerade erklärt, ne? Ja, dann haben wir hier einmal... Michael Jackson. So ein bisschen, ja, warte mal, ich muss mal irgendwie... Der heißt Michael Jackson, Alter, wie geil ist das denn? Ja, ehrlich. Ey, hat das jetzt echt geklappt? Lili, der heißt Michael Jackson. Geil. So, jetzt muss ich aufnehmen, warte, jetzt muss ich auf die Aufnahme drücken. Jacko, Jacko spuckt hier rum. So, da sind wir wieder und heute jagen wir den Michael Jackson. Das ist so cool. Na, wenn das mal nicht eine coole Runde wäre. Ich bin auf Profi, wir haben jetzt keine Zeit. Genau, normal läuft da oben ein Timer von fünf Minuten runter, dann tut der Geist nix, die ersten fünf Minuten. Jetzt kann er dich sofort töten. Der Geist heißt Michael Jackson, wenn du im Haus drin bist und den Namen ausspricht. Michael Jackson. Genau, den Namen sollte man nicht sagen, weil dann wäre der aggro und, äh, ja. Äh, wäre aggro halt. Nimm noch mal eine UV-Lampe mit, ne? Du kannst deine Lampe, äh, deine Taschenlampe, kannst du auch noch nicht machen. Leni rennt schon rein, ne? Leni, warte doch mal auf uns. Aber, ich muss ja mal ehrlich sagen, Leni. Leni, 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 ich, ich, ich wollte mal wirklich sagen, Leute, wir haben hier heute die Ehre, wir haben uns jetzt zusammengefunden, wir haben heute die Ehre, ein Autogramm von Michael Jackson zu bekommen. Michael Jackson, wir sind nur wegen dir hier. Michael Jackson. Jetzt hat's noch den Namen. Ja, doch, doch. Ich brauche nach hinten, ich muss irgendwie in die Rollen kommen. Just beat it. Beat it. Ob wir ihn beaten? Wir werden sehen. Gib uns ein Zeichen. Ich habe hier irgendwo ein Waschbecken gehört, hier auf der Höhe, hier irgendwo. Alter Verwalter. Dann ist der übrigens wahrscheinlich. Leni, warte, warte, Leni, warte. Gib uns ein Zeichen. Hat einer die Geisterbox mit? Nö, aber Thermometer. Ja, ich auch. Aber alle Thermometer. Oh, hier rauscht es schon. Etwas ist hier der Raum, wo Nücke hier angesprungen wurde. Oh, nee, nicht schon wieder der Rack. Hallo? Ich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Und zack, zack ist mein Tracking weg. Wo ist denn jetzt mein... Da sind 6 Grad drin. Da will ich nicht rein. Da ist der drin. Wer traut sich? Hat jemand die Uhr voll anbenut? Ja, hab ich. Ich leg erstmal das Kutzfix nach vorne hin. Da ist ein Fingerabdruck. An der Scheibe. An der Scheibe. An der Scheibe. Und wo soll ich das Kutzfix hinlegen? Nö, bei dir tragen. Da hast du es schon. So, Audio sehen Sie nicht aus. So, ich geh nach Obst gucken. Tschüss. Komm mit, Leni. Wo geht ihr hin? Sei weg. Ich geh nach Obst gucken. Ich hab die Kamera reingestellt. Noch hat er nicht geraucht. Oh, nee, aber war Ausschlag. Ich hab gehört, wenn man sagt, ich hab Angst. Ja, das mag er nicht haben. Dann wär der Aggro. Aber hier, Ausschlag auf 4. Der Orb ist gerade abgetaucht ins Klo rein. Echt? Cool. Also haben wir den Orb auch. Also wir haben Fingerabdrücke haben wir und ein Orb. Fingerabdrücke. Da ist der Orb. Poltergeist. Ja, Poltergeist. Mir geht nicht. Das war schon. War was? Das ist ja geil. Ey, komm, nee, aber Jacko wollen wir sehen. Noch eine Mordprobe? Ich wollte gerade sagen, Michael Jackson. Wann haben wir die Chance, Michael Jackson zu sehen? Ganz ehrlich. Außerdem, wir haben ja hier noch nicht alles abgeschlossen mit dem Kruzifix, ne? Ja, und mal gucken, was passiert. Nee, der repugiert nicht alleine rein. Der geht höchstens hier bis zu den Stufen. Leila, möchtest du mit der Geisterbox reingehen in den Raum und fragen, was er will? Nein, ich hab schon zu viel Phasmophobia gesehen, dass ich das nicht mag. Oh, ist das geil. Ist der Hammer. Warum seid ihr so schnell? Oh, nee, ne? Und meine Lampe. Jetzt ist die Geisterbox weggepackt, die kann ich nicht mehr aufnehmen. Was ist das denn? Scheiß jetzt. Ich hol noch eine. Michael Jackson, wo bist du? Halt den Mund, wenn ich da drin stehe. Michael Jackson, wo bist du? Oh, lass mich raus. Wo bist du? Ne, gehen wir rein, Repo. Wo bist du? Ja, Baby. Oh, Alter, Gänsehaut, ey. Mann. Oh, das hasse ich ja, ey. Wie hoch schlägt der aus? Zwei. Wo bist du? Ich seh's nicht. Was willst du? Warte, zwei. Michael Jackson. Michael Jackson, wo bist du? Wo bist du? Oh, Mann. Bin ich allein. Will einer von euch mal fragen. Ey, die Tür ist aufgegangen. Wo? Die Tür ist gerade aufgegangen. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Der ist hier im Hausflor wahrscheinlich. Oh nein. Der macht den Moonwalk, Alter. Wo bist du? Wo ist der Hase? Da hinten etwas. Ne, ein F3. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Wo bist du? Da ist er, da ist er. Da, 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 da. Ja, ich hab ihn gesehen. Was willst du? Hast du fotografiert? Ey, du. Ist der eklig. Ist der eklig. Ist der widerlich. Nein. Bitte nicht. Nein. Oh, Mann. Warum? Verdammt, Mann. Der sah schon etwas verwest aus. Oh, ich muss noch hier den Poltergeist war das, ne? Was haben wir denn jetzt? Fingerabdrücke, Geisterorb und? Und sonst nichts weiter. Ist ein Poltergeist. Oh, ich krieg was zu trinken. Ja, komm, dann hau mal ab. Oh, jetzt, du fackst, jetzt voll in seinem Poltergeist. Tada! Oh, jetzt, du fackst, 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 du f